Willkommen zu Display Petit 3 Mitten Simon Hallo ich muss mir das jetzt hinsetzen Du musst Simon eine andere Ansage anlegen Ach fickt euch, oder fickt die nicht Behalten meine Ansage Kopftreffer Leute, der will mich messern, der hat mich gemessert Ich weiß ja nicht wo du bist, ich weiß auch nicht wo ich bin, ich kenne mich in der Map nicht aus Aber ich hab schon Ne, ich hab mich gemessert, der stand oben Hä, oder oben, oder oben, ja Ja, die hab ich auch gemessert Ja, eine Neurone Bette, V3, Plünderer mit Mit den 7er wollte ich schon wieder sagen Ja, immer noch Ja, wir hatten ja öfters Capture the Flag, ne? Ja Müssen wir auch was anderes nehmen Du Wichser Ja, Kupftreffer Oh Gott Das hat doch wirklich schlecht geschossen Nein, ich hab... Doch, ich hab da Munition, aber das hat mich geschossen Kleine Nein, ey, ey Also... Das ist doch schlecht schießen, ne? Loll Alter, wieso killt mich der Level 7er die ganze Zeit? Ich seh nix Das ist unfassbar, ey Lol, hast du jetzt grad gekillt? Ja, ich hab nichts gesehen, wir hatten Dings gehabt, also... Nein, nein, ich war vor... Alter Ich dachte, du bist ein Reitenfeind Äh, sind wir dem, nein Ich kann sie reden Ich kann sie reden Halbala, 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 Allah Alter, was ist denn? Passt zum Map, ne? Ich weiß gar nicht, ist die Lautstärke überhaupt... ...gut genug? Bei mir? Ja klar, 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 ist perfekt Oh, leul Ich hab' keine Testaufnahme gemacht, der kleine Mongo Ich mach' nie Testaufnahme Tch Testaufnahme ist, was die Pusis Alter Hast du schon Terraria-Aufnahme heute gesehen, die neue? Ah, Doppelkill, was? Oh, leul, da hat mich einer mit dem Darmus gekillt Was, Terraria, was für'n Ding? Die neue Aufnahme und Session Habe ich noch nicht gesehen Wo ihr ein bisschen lautet wart Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber war bestimmt gut Ich hab' eh alleine eingenommen Oh, jetzt bin ich rot Nicht gesehen Oh, ich bin beide exponden, jetzt bin ich auch tot Alter, wie kann das denn sein? Level 15er killt mich Lol Der hat einer, der uns gekillt hat, der ist durch die Gegend gerannt und hat Sandsäcke durch die Gegend geschoben Leul Ey, wäre das ein Bug, oder? Keine Ahnung Muss ein Bug sein, wie kann man das denn sonst machen? Wo bist du denn hier? Ich weiß es nicht Ich weiß es nicht Ich mach' da hier und so einem Scheiß Tempel oder was auch immer Boah, ich find' das mit den Dächern hier so geil Hier und wo ist ne Bug von? Da hinten Wui Oh, ich katt' der Folge als Sniper hier oben Da unten läuft er Links von dir Ja, ich hab' dich gerettet Alter, du hast mich gar nicht gerettet Den hätt ich gehabt Lol, hab' ich ihn grad gekillt Lol, jetzt hab' ich ihn in den Leck gehabt Fuck off, my dick Nice, ey Da hab' ich grad einer auf Sneaky Sniper aus Geiler Typ gemacht Du? Aua! Lol, ich hab' mir selbst noch gemacht Ich bin von der runter gesprungen Sehr blöd Wieso verliebt man da 70% Life? Wie kann das? Alter Die Russen kommen, hast du gehört? Ohja Was bin ich denn wieder runter gesprungen? Lol, jetzt hab' ich nix verloren Wie geht das denn? Braune Waffe Ich hab' dir vorher Live-Headschirm gedrückt oder so Ach! Entschreck' mich nicht, du Leider Wichser Lol, ihr lauft alle an dem Gegner vorbei Achtung, alle herhören Boah, ich konzentriere mich grad' gar nicht auf die, auf die, ähm Boah, auf die Punkte Der hat's aber so kacke, ey Wieso? Weil hier sterbe ich, obwohl noch gar kein Gegner da ist Voll bescheuert Voll bescheuert Alter, ey Aber ich bin ja auch grad'n bisschen aggressiv, ey Ich renne rein wie Rambo und hab' nur ne Pistole Gut Bist du eigentlich? Ich bin, ich campe grad'n ne Runde Ich geh' doch sterben, ey Noch einer tot, nice, Ey blöder wichser spring doch ich hab acht prozent live ich hab mich schon wieder fast selber umgebracht eine runde campen das gibt's nicht oh mein gott ich bin jetzt noch die svd von jennings da sie ja die hatte gerade eine folge wo ich brauche mir eine waffe geht ja gar nicht ich war einer der hatte gerade einen in den arsch gerettet statt dort ich messer heute schätzt habe ich schon wieder in den arsch gerettet du rennst immer rum wie so ein blinder ich weiß du rettest mich ja auch lol mann jetzt sollst du mich auch mal retten ja danke ich trete gar keinen ich rette mich und zu dir sind immer noch welche weiteren ok da hinten war gelegger was hab ich für einen ping 185 was hast du für einen 185 euro nicht um 181 aber das ist geiler schaltenbacher internet ne der zirber hatte schon 200 ping links von euch also die map ist ein bisschen unübersichtlich finde ich aber mein gott wie konnte ich das Duell verlieren lol warum spart ich eigentlich bei dir das ist voll die schlechte idee was mit punkte den lol du bist vor mir wie hast du das gemacht du nimmst einen wahrscheinlich nix anderes wie jedes mal wieso ich hab da ok jetzt gemacht na ja voll viele ich hatte eben irgendwas mit keine Ahnung 0 3 oder so oder 0 4 0 3 ist voll gut da ich bin um die Ecke schon und man ihn man ihn kommt gar nicht mehr mit hinter dir waren die ich hab mich umgedreht und wundervolle Schüsse ja komm Kevin rennt hinter mir her, rennt um die Ecke und hinter ihm zwei ich hab gesagt, mein Enid macht nicht mit ja dann müssen wir auf einen anderen Server gehen genau ja genau, popf mich zurück ja dann geh auf einen anderen Server, sonst ist das auch gar nicht ja so zieht er ich bin immer so so jetzt ist das unfassbar ihr russen kommen Mama Karte Warte NEIN oh mein Gott ey was denn? ich wollte ihn überraschen und flankieren und dann hab ich hart gefailt ok war die irgendwo in der Waffe? hm glaub nicht oh Gott, hier waren vier oder fünf Leute oh mein Gott Alter wie viele hier sind? wie viele denn noch? Alter waren das viele und alles nur Kill durch Niederhaltung ich hab eingekillt glaub ich hab auch einen bekommen aber ich find grad keine Waffe, das ist so ein bisschen deprimierend lol Alter Alter, ich hasse meine Enid Alter, ich hasse meine Enid lalalala Alter, bei mir leckt das auch ziemlich muss ich mal sagen, ne? vielleicht mit dem Messer haha ich überlebe grad vor lang ich brauch ne neue Waffe, ich hab keine Munition mehr gut alter go go, bring mich zu ner Waffe Kevin oh geil, ich hab ne Punkte gekriegt nice und ich sterbe wo ist der? ah rennt der einfach hoch, der Kevin natürlich muss hier weg, ey, ich will hier weg ich lauf auf den Dächern rum oh Gott, von hinten der auf dem Dach ist einer Alter, ich war unten ah, der ist mit der geahnt ah, das ist schon ein bisschen kacke das Server aber wieso sind wir nicht die Einzigen, die so'n scheiß Ping haben? also, wahrscheinlich liegt's ja nicht das ist kein deutscher Server, das ist glaub'n australischer Server oder sowas ok sind wir genau richtig hier wir werden hart gefickt von denen ich treffe überhaupt nicht, ey wollte ich grad sagen boah, der macht bei mir noch Speedhack, der lag bei mir rum wie so'n ja genau oh mein Gott oh mein Gott ja, nice badolf badolf boah, ich hab ihn die ganze Zeit auf die Füße geschossen ja, geil ich hab die Beine weggezogen in den Hoser ja komm, ich will wenigstens Punkte haben, ey ich will wenigstens XP bekommen ich glaub die XP hätte ich sie bekommen nice, schön der Schrot auf einen Meter Entfernung in den Bauch schießen kommt geil okay okay oh mein Gott scheiß Ina, dann schaust du dich vielleicht sollen wir den Server wechseln? ja, können wir gleich machen nach der Runde leggi 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 ich geh auf jeden Fall die Punkte nahe geil, geil oh ja, das stimmt ja, das stimmt die hatte ich jetzt grad gar nicht mehr im Kopf äh, wie ich einen voller Weg hab mit dem Bogen nice, wie ich ihn gekillt hab mit dem Bogen ich bin hier verpackt ich bin hier verpackt nein Kevin lebt noch, Kevin lebt noch na klar gleich nicht mehr links von dir sind ganz viele ah, ich... jetzt bin ich eh tot okay, jetzt fangen wir doch voll rein, ey Kevin, töte ihn töte ihn ich bin schon tot ich hab ihn jetzt lecker gehabt ja, man hört's na, das war Sprachfehlerpunkt verlieren wir nein, wir gewinnen nice nice hab's auch scheiße gespielt, aber egal naja, nicht die besten Stats nicht die besten Punkte nicht das beste Spiel Gameplay, aber naja nicht das beste ping 916, alter jetzt hatte ich eigentlich ich hab's grad gar nicht gesehen Punkte kriegen wir oh scheiße, jetzt hab ich's übersprungen haha, ich hab's sehr dumm ich überspring, Mama kann man das nicht noch irgendwo nachschauen, wie viel man gekriegt hat? keine Ahnung statistisch doch, 12.558 nice heute ist ja, äh Event, ne? ja, WTXP richtig geil kann ich euch mal da werden, ich hab 10.000 irgendwas bekommen vielen Dank, du bist zum Schauen bis zum nächsten Mal ja blub blub, tschüss